Hallo, wir sind die Firma Merkel Heizung Sanitär aus Landsberg am Lech. Wir sind ein mittelständiges Unternehmen mit ca. 40 Mitarbeitern. Wir sind spezialisiert auf Heizung, Sanitär, Großanlagen, Kleinanlagen, Badsanierung jeglicher Art. Wir haben hier einen wunderschönen Showroom mit ca. 500 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Hier werden Sie kompetent beraten. Wenn Sie einfach Ideen brauchen, kommen Sie vorbei, schauen Sie in den Showroom rein. Wir würden uns auf Ihren Besuch freuen. Bis zum nächsten Mal.